Oh Gott, Digga, stand mit oben, stand mit oben. Ach du Scheiße. Alter, das war's. Das war's. Alter, wenn das kein Promi ist jetzt hier, ne? Ach du Scheiße. Hast du doch nur Nachnamen, ne? Ja. Bei Fußballverein, muss man jetzt vorher diese Abkürzungen oder zählt dann nur die Stadt sozusagen? Ja, wenn du jetzt VfL Bochum hast, das passt. VfL Bochum. Bochum zählt nicht. Nein, ich mein, als würde da dann das B zählen. Hä? Ich mach einfach, ich weiß nicht. Mann, keine Ahnung. Fußballverein. Jungs. Brolda, lass los bitte bei mir. Scheiße, Digga. Bei mir auch. Bruder, fick mich den Arsch. Ich weiß nicht, ob ich mit O oder mit U. Ich weiß nicht, ob ich mit O oder mit U. Ich weiß nicht, ob ich mit U. … Bruder, helfe bitte mal! ... Ich bin so schlecht. Das war's. Automarke? Was ist Automarke mit O, bitte? Opel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Osnabrück, Offenburg, Oldenburg. Das ist alles richtig, oder? Ich hatte Offenbach im Kopf. Wäre es auch eine Stadt gewesen? Ja, wäre sogar. Land. Ach du Kacke, Digga, ich dachte Stadtteil oder so, Mann. Land habe ich nichts gefunden, ja. Oh, Nurdjahn! Gänsehaut. Äh. Ich habe im Lebensmittel nichts geschrieben. Wala, ich habe am Ende noch einfach alles reingekloppt, das Ding. Machst du vor, oh man war wichtig, es gibt plus 20. Mach runter. Lol, du hast auch den Film, Otto? Gello? Ja. Hä? Hä? Otto, der Film. Das heißt sogar, der Film, weißt du. Ja, ja. Oh mein Gott, ich habe Ohmet. Ich auch. Mach mal erstmal Willi Osnabrück da weg, bevor ich ausrasse. Äh. Ey, warum Osnabrück? Land Osnabrück, Bruderherz! Achso, nein, Stadt. Und da unten hat... Achso. Ulan, Willi. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Wer wollte so drüben? Wer wollte so drüben? Oliven, Obst, Orange. Ja, gut. 100 Prozent. Ähm. Film, Otto, Otto, One Dance. Ja. Boah, stark. Computerspiel, Overwatch. Wir sind so arsch. Boah. Egentines Adamsen! Junge! Äääh! One Dance ist... Wir sind nicht so kleine Stadt. Obst raus, hä? Passt. Ist okay, ist okay. Obsthändler. Obst ist was zu essen. Obsthändler. Obsthändler. Obtiker... Obtiker mit B, Bruder? Ja, ja! Passt doch! Was schon? Pass doch, Jux. Obtiker, Digga. Obtiker. Obtiker. Jux, ich hatte Schwester mit. Was soll ich euch sagen? Ja. Obtiker mit B. Ich glaub, schaffst du es, ja. Wir sind überall Kameras, du schaffst es schon. Aber mit B sage ich auch, es wallert zu viel. Oder mit B ist schon, Bruder. Du hast ganze Büro-Legacy geschickt von einem Optiker, Mann. Jungs, ich habe O gesehen, ich habe fast eine Partik-Attacke gemacht. Nein, nein, schau mal, Roat, Roat, du hast aus einem Optiker einen OB-Ticker gemacht. Nein, Bruder, ich habe doch fast eine Partik-Attacke bekommen als Döner. Nein, nein, passt schon, OB-Ticker, OB-Ticker. Aber 10! Oder wenn wir jetzt Optiker-Döner. Wir tanken, super plus. Only up, Digga. Oh mein Gott. Kannst du, packst du. Achso, hört er uns gerade? Ich höre euch, ich höre euch. Also, wo sind wir hier, bei Promi? Ja, bei Ruf lassen wir Optiker so von Ruf. Also, von mir aus können wir runter machen, aber... Nee, ich lasse, weil es ist okay. Wir haben Rechtschreibfehler, haben wir gesagt, lassen wir nicht so krass. Oh, wie heißt nochmal das Game? Olaf Scholz zählt nicht, ist Nachname. Olaf Scholz ist kein Promi? Ja, Scholz, wir haben gesagt, Nachname. Olaf Jameniak. Ist der Fußballer eingefallen mit O? Äh, ja. Ich hatte als einziger Omit? Warte mal, wo seid ihr? Warte mal, lass erst mal Promi, Promi. Also Promi Otto, Offset, O'Neill. Ja, Shaquille O'Neill, ja, passt. Olaf Scholz weg. Olaf Scholz raus, ja. Olaf Scholz. Einfach Olaf Scholz. Als Promi. Aber er ist eigentlich schon ein Promi, oder nicht? Ja, aber ein Vorname, Bruder. Olaf, Vorname. Hier, Otter, Offset. Olaf. Sportart, keiner Sportart. Entscheidungsgrund, jetzt wieder Kreativität. Oh, Beine, fick dich. Ohne Kondom. Jungs, jetzt müssen wir wirklich mal ehrlich sein. Otto raus? Bei mir, Edi, mach schreiben bei mir Otto raus. Bruder, warte mal. Hey, Otto ist doch ein Promi, Bruder. Ach ja, doch, Otto Weix. Ja, ihr habt recht, auch raus. Otto raus? Bruder, warte mal. Wollt du jetzt raus? Ja, mach Otto raus. Ohne Kondome ist verrückt. Was? Nein, nein, Bruder, nein. Du kannst dich jedes Mal bei Scheidungsgrund irgendwas entwickeln. Mach mal erstmal Auto bei mir raus. Mach mal was, okay. Warte mal, Rohr. Scheidungsgrund, erstmal alles von oben nach unten. Oma flirten. Was sagt ihr? Ich flirte mit der Oma. Verrückt. Ist verrückt, aber kann man gelten lassen. Ich finde, ohne Kondom finde ich auch verrückt. Wo ist denn da ein Scheidungsgrund? Das ist ja eine Frau ohne Kondombums. Ja. Dass die ein Kind andrehen will. Das ist ja so stark. Ja, aber das ist Scheidungsgrund. Scheidungsgrund, du merkst, wie Kind andrehen. Okay, stell dir vor. Du merkst doch, ob du ein Kondom anhast oder nicht. Nein. Was ist das für ein Scheiß toll? Pass auf, Bro. Pass auf, Bro. Angenommen, ich bin Multimillionär, ja? Ja, okay. Und ich bin mit ihr verheiratet. Stark. Ja. Okay? Stark. Und ich sag, du, Schatz, ich bin mit ihr verheiratet. Auf einmal sagt sie zu mir, sie will ab jetzt ohne Kondom ficken. Aha, warum willst du auf einmal ohne Kondom ficken? Ja. Ehevertrag? Haben wir? Nein. Haben wir keinen Ehevertrag? Siehst du, rein. Die Weg nimmt. Bro, also, du holst diese Geschichte. Dann sag ich, angenommen, ich sitze mit meiner Frau da und dann ist da so eine Gif und ich finde die geil und flirte mit ihr. Aber Gif? Ist auch schon passiert. Ist auch schon passiert. Ist auch scheinbar. Aber warte mal, warum redet niemand über Old? Ja, Old sofort raus. Old, Old. Ey, warum? Weil, sie ist alt. Ja, aber das weiß ich nur vorher. Ja, auf Englisch, Bruder. Ja, Old. Was für ein Scheiß-Kolb, Bruder. Ja, okay. Opel ist auch Englisch. Dann müssen wir das auch rausnehmen. Nein. Ey, ganz gut. Old ist scheiße, Jungs, bitte. Das hier einfach O-Beine unge... Nee, O-Beine ist komplett... O-Beine ist auch scheiße. So was... Man muss ja nichtig sein. Man weiß doch vorher. Ist doch kein Entscheidungsgrund, Bruder. Ja, aber Old ist erst mal ein englisches Wort. Das muss raus. Ja, Old raus. Warum ist... Warte mal, wenn O-Beine raus ist, dann ist O-Beine auch raus, weil du weißt es auch... Nein, 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 nein. Dass du wieder davonkommst, du dreckiger Wichser, letztes Mal bist du jedes Mal davon gekommen. Raus mit O-Beine, jedes Mal, ja. Ich schwöre, nein. Ich schwöre sogar, nein. Ohne Kondom, richtig nachvollziehbar. Stell dir vor, deine Frau will auf einmal ohne Kondom ballern, du wirst Vater. Ja, stell dir mal vor, Willi, ganz gutes Beispiel. Stell dir, stellt euch mal vor, die Ehefrau sagt, ich will keine Pillen mehr nehmen. Entweder machen wir es ohne Kondom oder gar nicht. Und du willst nicht ohne Kondom machen. So. Dann ist es ein Scheidungsgrund. Ja, und dann scheidet man sich. Der Mann. Dann lass uns eins sagen. Kommt jedes Mal, dieser dreckige Dreckswichser, kommt jedes Mal davon. Bei den nächsten Sachen, wir müssen, entweder sagen wir, für die Kreativität zählt das schon, okay, oder wir sagen, muss schon realistisch sein. Was sagen wir, Kreativität? Aber ich sage, O-Beine ist nicht kreativ, Bruder. Wir hatten es ja vorher schon kreativ. Und Olt, fick dich eh das. Oh, okay, okay, ja, ich gebe es zu, ich gebe es zu. War es halt so, ja, okay, gut. Also ohne Kondom und Oma flirten passt, dann sind beide Teams auch glücklich. Was ist Ösnerbrück? Osnabrück, VL Osnabrück. Osnabrück, Osnabrück. Ich habe mit Öl schnell gemacht. Ja, aber dann minus 5 wieder bei dir. Ja, minus 5, Team Willi. Minus 5, ja. Hat bei ihm Optika gezählt? Ja, hat ihn gezählt. Ja, dann zählt Ösnerbrück auch. Aber 5 minus. Mann, Alter, Oliver Kahn. Oh mein Gott, so ein Peach. So, Fußballer, Usimen, Oli Kahn. Oh, Luke. Wie? Oli Kahn ist falsch. Oli Kahn ist falsch. Weil er heißt Oli, der heißt Kahn. Oh mein Gott, stimmt. Wichser. Ja, okay, mach runter, mach runter. Okunuki ist vom Club Stürmer, kann man nachschauen. Okunuki. Otto ist schon rausgewählt, Chat, oder? Was für Kahn? Ey, mach Oli Kahn raus. Ja, Oli Kahn raus. Ich habe ablehnen. Ihr müsst auch. Ja, ich auch. Edis, ja. YouTuber, Streamer, gut rot. Oh mein Gott. Boah, mir ist alles nicht eingefallen. Alter, wir sind so schlecht bei YouTuber. Ist mir nicht eingefallen. Okay, fertig. Gute Runde. Geil, GG. Ok vor auch. Oh, scheiße, stimmt. Okay, 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 okay. Ich mache nicht so Arsch in diesem Spiel, ja? Ja, du stinkst gerade, Roat. Ich brauche was von dir. Ich brauche was von dir. Geh. Schlau'n Lim. Schlau'n Lim. Ich brauche was von dir. Ja, ich habe es ja nicht. Mann, ich bin am Arsch. Keine Ahnung, Chat. Das ist es. 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 Das ist voll schwer. Ich habe abgerissen. Oh mein Gott, Digga, dann nimmst du auch Gladbach. Ja, ich wusste, dass du das nimmst und dann irgendeiner wird es auch nehmen, dass ich was wegziehe. Jason Kirschen erstmal nehmen, ich dachte, das gibt es nicht, heißt München Gladbach. Viele sagen in meinem Chat, es ist direkt falsch. Heißt München Gladbach, okay. Gibt es nicht, heißt es, ist Gladbach falsch? Ja, es heißt Gladbach, ja. Oh mein Gott. Okay, mach runter, bei uns beiden. Ja, hab. Ja, ich hab. Edis, mach mal, mach mal. Also bei jedem Wiener. Gladbach ist falsch, Roat, du auch. Bei uns beiden. Bei dir auch, Willi? Beiden, 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 beiden. Okay. Rohi, wo bist du? Rohat, bitte. Hey, Willi, ich hab fast alles außer zwei, ne? Stark, sehr gut. Ich bin auch. Guatemala, Georgi, Dana, Griechenland, alles richtig. Lebensmittel, Gurkensalat, Gemüze. Ja, ich hab das den schnell getippt. Gatorade, Gurke. Okay, ja. Film, Greenland, Get Rich All. Oh mein Gott, Bruder, ich hab G-Won das erstmal geschrieben, aber ich... Boah, Get Rich All Die Trying, auch ein geiler Film, ja. War gut, ne? Ja, ja, Bruder, stark. Ich bin nicht auf GTA gekommen. Computer spielen, es gibt Galileo als Spiel, spielen wir hier. Spielen wir auf GTA, oh Gott. Gott, GTA. Edis, wir haben zerfällt. Warte mal, warte, was ist Galileo? Galileo ist ein Spiel, das kann man, glaub ich, wirklich spielen. Ah, okay. Ja. Okay, GG. Also, äh, nicht, äh, es ist ein Brettspiel, meiner Meinung nach, oder? Warte mal. Das ist mein Beruf. Gangster. Bruder, normales Beruf, ein Gangster. Wie kriegt ein Gangster seinen Hack, er arbeitet dafür. Das ist vielleicht kein, kein, kann man keine Ausbildung machen, aber die Ausbildung macht man auf Straße. Wallab, wir müssen diskutieren. Sorry. Nein, Wallab, wir müssen sogar nicht diskutieren, sofort raus. Wir müssen. Was bist du vom Beruf, ey? Ich bin Gangster, Mann. Normal, ich bin Gangster, Bruder. Nein, 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 nein. Ridi, du versuchst du nicht. Mach Gangster raus. Du versuchst du nicht, sich durchzudribbeln. Ja, es ist... Mach Gangster raus. Oh Mann, schade. Schade, ne? Aber Roat, Liga, hast du Schlaganfälle, während du schreibst? Getzner? Roat weg. Getzner. Weiß nicht, was das ist. Herbert Grönemeyer. Roat minus fünf, ne? Roat minus fünf aufschreiben. Minus fünf aufschreiben. Ach so. Ja, weil es doppelt ist. Aber reicht langsam mit dem Verschreiben, wirklich. Wir können mal... Promi Grönemeyer. 100% Gina-Lisa-Meyer. Die hat ein Video, ihr wisst alle. Yes. Auf jeden Fall Promi, Digga. Sorry. Nein, Bruder. Ich schwöre, Gina-Lisa ist ein Promi. Die wappen. Ja, Bruder. Die hat doch... Doch, Bruder. Das ist kein Promi. Ist kein Promi. Gina-Lisa, bitte. Galileo, raus. Du wirst gleich rausgehen. Außerdem ist Gina der Vorname. Ja, fick dich. Galileo, Brettspiel, sag ich doch. Gibt so ein Spiel. Große Wissens-Quiz. Fick das. Gina-Lisa, raus. Ich würde sie schon als Promi zählen, Jungs. Ich auch, aber ist egal. Lass weiter. For real, jetzt. Ist der Vorname. Warte mal, sie heißt Gina-Lisa und ihr Nachname ist Lo-Fink. Ja, raus. Hast recht. Aber gut, ey. Ich sag dir ehrlich, gut gemacht, mein Bruder Edis. Danke, danke, danke. Computerspiele, groß geschrieben. Ja, okay. Wie? Aber man zählt ja den Künstlernamen eigentlich, Jungs. Ja, ich weiß. Künstlername ist Gina-Lisa, 100%. So, aber gut. Boah, Golfen, Golfen. Okay, bei Jellum ist es minus fünf. Wo seid ihr gerade? Wir sind jetzt bei Tier. Ja, Tier, wir sind bei Tier. Wir sind bei Tier. Okay, Gorilla, Gepard, Giraffe, Gorilla. Passt. Ja, passt. Sportart, Golfen. Ja, Golf, Golf. Passt eigentlich. Ja, minus fünf bei mir, gut. Ähm, Scheidungsgrund. Also, ich hab da richtig gut, ich schwöre. G-Punkt nicht gefunden. G-Punkt nicht gefunden. Ich kenne, also, ich hab Freunde, da hat sich die Freundin von denen getrennt, weil die ihn nicht zum Orgasmus bekommen haben. Ich schwöre, das ist gut. G-Punkt wird nicht gefunden, ist so. Gangbang mit einem. Ich schwöre, ist ein plausibler Grund. Bruder, was ist, wenn die den fettesten Gangbang hat? Ja, stimmt. Normal ist für dich scheinbar. Aber Rohr hat seins für dich nicht zählen, weil was heißt Gesicht machen lassen? Gesicht machen lassen. Du willst Gangbang mit einem... Ey! Ey! Ey, bitte, Eli, sag mal. Bruder, ey! Das ist zu krass. Was ist, wenn sie ihre Lippen jetzt macht? Das sieht doch geil aus. Scheitest du dich dann von mir? Der will persönlich stressen mit mir. Der will alles, was ich habe, raus wollen. Eli, nein, will ich nicht, aber du kannst es nicht mein Gesicht machen lassen. Bruder, Gesicht machen lassen, auf einmal sieht sie aus. Keine Ahnung, wie einer, die aus Chernobyl gekommen ist oder so. Das ist ja... Oh, Hübert, 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 Hübert. Gangbang mit anderen, dass darüber hier nichts diskutiert ist. Ja, ja, damit auch wieder... Nein, Bruder, das ist ein Scheidungsgrund. Er will das erst gar nicht. Ich schwöre, das ist ein Scheidungsgrund. Jungs, for real. Ja, Digga, aber da kann ich ja auch sagen, ich weiß nicht. Ja, okay, ganz ehrlich. Du machst ja oben G-Punkt, ich schwöre es nicht. Ja, aber ich schwöre, das ist gut. G-Punkt nicht gepunkt, das ist super. Ganggal, ich würde sogar alles zählen lassen. Ja, okay, für die Kreativität. Einfach kreativ sein. Automarke Golf ist falsch. VW. Ey, Ed ist so stark, Digga, G-M-C, dieser Truck, Waller, der gehört zu dir. Heißt die auch so? Die heißt so. Ja, ja, G-M-C. G-M-C. Fußballverein, Getafe, Genua, ja. Fußballer, Griezmann, wer ist das, Robert? Keine Ahnung. Der schreit. G-Way. Warte, ich google jetzt, ob es den gibt. Ja, du so. Ey, ihr müsst meins runtermachen. Ey, stopp, nein. Bruder, es kommt direkt ein Foto von einem Fußballer. Mann, Bruder, wenn du jetzt reinschreibst, Jambalang, dann wird da auch einer auf jeden Fall. Ey, mach doch mal Golf, Bruder, Jungs, bitte. Mach doch mal Golf runter, immer alles einheitlich und nicht immer so trönen. Golf runter. Wer fehlt? Hab ich schon. Edis. Sorry. Mach G-U-E weg, Digga. G-U-E kennt ihr nicht? Ja, mach weg, mach weg, mach weg. Du meinst dirassiv oder arabischer Spieler? Ja, raus, raus, raus. Aber okay, Gattuso zählt, aber lass machen bei dem nächsten Fußballer, er muss aktiv spielen. Okay, okay. YouTuber, Streamer, Gronkh, Gamerbrowser, G-Time. Wer ist GR? Das ist Gronkh, Abkürzung. Nein, runter. Bruder, ich, nein, meine Tastatur hat da den dicken Stecker. Ja, oder GR, Bruder. Brunner. Aber hier wird ganz oft übrigens geschrieben, dass Gladbach, es gibt Gladbach als Stadt. Ja, ich hab's auch schon gelesen. Aber wenn wir das nicht meinen, dann scheiß drauf. Ja, wir meinen ja Gladbach vom Verein, oder? Ja, meint ich. Ganz kurz, ganz kurz, da möchte ich auch nochmal anmerken, da möchte ich bei Automarke bitte 20 Punkte. Haben wir schon, haben wir. Ah, haben wir schon, okay. Ja, ja, okay. Okay, fertig, mach. Zweite Runde. Boah, kracht. Also, wir haben eh verloren, Digga, das Ding ist overworld. Kannst du dich bitte mal straffen und... Bruder, der wahre Fußballspieler. Aha. Okay. Okay. ä-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r. Mhm. Hmm. 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 Jungs, ich kann das nicht mehr. Wie? Hmm. Hey, mir fallen keine Fußballer ein, Bruder. Was ist das? Okay. Das war's. Digga, mir fallen keine Fußballer ein, Jungs. Mir fallen keine Fußballer ein. Elektriker? Nein, Elektriker! Bruder, ich bin so arsch in diesem Spiel. Mein Kopf kann gar nicht so schnell denken, Bruder. Ich sehe dieses Wort, ich denke mir so, Panikattacke, Panikattacke. Da wurde jetzt eins. Mir fallen keine Fußballer ein. Elanga, Eriksen, Ederson. Embarek, Elias Embarek. Wir fangen oben an. Erfurt. Aber wir müssen hier bei Roat minus 5. Meine Mords minus 5 passen. Land, Ecuador, England, Estland, England. Gut. Stark. Lebensmittel, Eier, Ente, Eier. Ei. Ja, auch minus 5 bei euch. Minus 5. Minus 5 bei Team Willi. Ja, mach ich gleich so. Film. Er, warte mal. Erdlingen. Ist falsch, oder was? Nein, nein. Erdlingen ist bei mir in der Nähe. Erdingen, Erdingen. Das ist Erdingen. Eier, Eli. Oh mein Gott. Was ist? Ach so, bei dir auch minus 5, Edi. Weil du für Erfurt auch 10 bekommen hast. Also, weißt du? Ja, ja, stimmt. Also, insgesamt minus 10 bei euch. Team Edi minus, ja genau, minus 10. Film S, Age of Tomorrow, Eleven. Eleven? Was für ein Film? Eleven, Twelve. Was? Eleven, Twelve. Kannst du nachschauen. Ein wirklicher Film. Echt? Ja, ja. Okay. Äh, Eier, 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 Eier. Ja, gut. England ist Großbritannien. Mann, wir lassen das jetzt 10, Schatz. Das müssen wir hier bei einem. Elektriker, Eichhörnchen, Elektroniker. Ich hab Eichhörnchen. Bei Beruf. Ist das? Eichhörnchen? Bei Beruf? Ich hörts bei Tierschrein, ein Stück Scheiße. Ja, runter, sorry. Ey, Lungs, können wir das bei Eich? Können wir das eins beziehen lassen? Nein, nein, das können wir nicht machen. Bruder, aber ich hab da auch schon Eich geschrieben. Nein. Wallerlein, mach mal hier. Ich sag doch nicht bei Panikattacken, wenn ich das sehe. Mach mal Eichhörnchen weg, Tika. Eichhörnchen. Einer klettert auf Päume. Ich hab das verwechselt, Jungs. Das ist doch zwei da drunter. Ich küsse eure Herzen. Nee, nee. Wie, nee? Es zählt nicht scheiß drauf. Ja, mach runter, mach runter. Weg, mach runter. Dann müsst ihr runter machen, oder? Nee, nee, mach Pfeil runter. Äh, sorry. Pomi, Elton. Oh, Eminem. Ist Elton? Oh, Elton, Elton. Ja, stark. Okay, gut. Lebt er noch, Mann? Erdmännchen, verschrieben, ja. Ein Ding. Elch. Elch. Elefant. Ja. Er hat Elch, aber hat Eichhörnchen auch noch. Ist das peinlich. Warte, ist das ein Elm oder ein I? Oder was sagst du das, du Schwanz? Du bist doch in meinem Team. Das ist ein Eich. Du bist doch in meinem Team, du Schwanz. Mach runter, mach runter, mach runter. Mach runter, Eichhörnchen. Ey, Dicke, das wäre dem vollen Tor umherz aufgefallen. Ist ja auch nur ich. Ich glaube, mein Chat hat geschrieben. Ihr Wixer, Dicke, ja. Sport, Sportart, Eislaufen, Eishockey, Eishockey. Scheidungsgrund, Ehevertrag. Komm, super. Ja, okay, okay, das ist echt gut. Ekel? Was Ekel? Ja, man ekelt sich einfach vor ihr. Das kann ja passieren. Weißt du was, Mann? Dann scheidest du dich auch. Sehr unkreativ, sei ich ehrlich. Ja, Bruder! Willi! Nein! Warte mal! Nein, 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 nein! Bruder, mach! Warte mal! Nein! Hört mir zu! Nein, nein, nein! Hört mir zu! Nein, ich hör dir nicht mehr zu! Ich hör dir nicht mehr zu! Das geht an, du meinetle mich! Mach runter, mach runter, mach runter. Bruder, bitte, bitte. Enge Vagina, Bruder. Ja, hör mir zu, ich sag was. Angenommen, die sagen erst, Sex nach der Ehe. Dann heiratest du, dann hast du deine erste Nacht und merkst du auf einmal, oh krass, ist zu eng. Nein, nein, nein. Willi, ich bin oft, aber da nein. Bruder, Bruder, Bruder. Aber, Bruder, Bruder, Bruder. Guck mal, was er, wir machen bei der Partner, aber ohne Diskussion. Einen anderen gefickt mit Ehe ist gut, ist schlau gemacht. Ja. Einen anderen. Einen anderen. Okay, ja, es ist gut, schlau. Es macht gespielt. Ja, das ist guter Grund, aber ist egal. Elektro ist eine Marke, ja? Eine Automarke? Elektro habe ich einfach hingekloppt. Mal raus. Was ist Elaris? Kennst du das nicht? Nee, es ist ein Automarke. Das ist so Elektroauto. Finde ich nicht. Warte. Elaris. Schreib mal rein, Elaris. Du musst es schon richtig schreiben, das ist ein E-Auto, Eli. Stark, Digga. Ich höre es, ist richtig. Ja. Das ist ein Unternehmen. Stark. Das wusste ich auch nur, weil die damals bei uns Kunden waren, ansonsten wäre ich niemals drauf gekommen. Fußballverein, Eversberg, Eintracht Frankfurt, Rot-Weiß Essen, passt. Stark, Rot-Weiß Essen. Fußballer, Eli. Ach, fick dich, Wort. Krass. Hä, warum? Ach, Bruder, hör jetzt auf. Er spielt doch Fußball, Bruder. Hä? Er spielt doch Fußball. YouTuber, Elias, N, Elifers, Ely, Elias, N. Direkt raus! Und Diskussion? Ja, ähm, also Team, wir kriegen, wir kriegen minus fünf. Wir kriegen minus fünf, ja. Wir wieder minus fünf Mords hier, bitte. Aber ich glaube, das Ding ist hier gleich over. Es sind noch zwei Kategorien. Ich bin fertig, gut, passt. Eichhörnchen. Denn enge Vagina war auch krass. Er sagt, enge Vagina finde ich voll wallet. Bruder, das ist nicht valid. Enge Vagina, Bruder. Ja, enge Vagina auch. Schlecht. Einen anderen gefickt. Ey, wir sagen YouTuber, ich selber. Hätte ich auch machen können. Ey, das stimmt. Benimm dich, komm, Edis, mach auf fertig. Statt dessen nehme ich Ello-Tricks. Rot-Weiß Essen ist doch, oder? Gibt's nicht Rot-Weiß Essen? Rot-Weiß Essen ist ein Verein. Ja, wir sind hier nicht so ganz klein. Ederson Vorname. Aha! Aha! Ederson ist ein Fußballer. Nein, das passt schon. Nein, bitte. Wie peinlich. Okay, mach fertig. Mach mal bereit. Macht mal fertig, Jungs. Hab ich. Ruhe. Ruhe. Ja, ich bin fertig. Okay, letzte Runde. War ein fataler Spieler. Ach, jetzt kommt letzte Runde? Ja, ich glaube schon. Boah. D. 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 Vielen Dank. 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 Mann, Bruder, lass mich los, Mann, ja? Ey, ich brauch nur noch eins, nur noch eins, fuck. Ey, ich hab alles außer eins. Ich weiß nicht, was bei mir los ist mit Fußballern. Ich komme nicht auf Fußballer. Oh mein Gott. Stadt... Aber Bruder, Fußballer... David Beckham! Nee, das ist nicht. Ach so. Also, Stadt, Düsseldorf, Dortmund, Dessau. Passt. Dachs hatte ich im Kopf, ja. Deutschland, Dänemark, 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 wichtig. Stark. Krass. Lebensmittel, Döner, Dattel, Döner, Döner. Warte, ganz kurz, ganz kurz, Land bei Roat minus 5 machen, weil er hat Dänemarköl geschrieben. Er hat plus 10. Ja, 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 minus 5, Team Roar, aber wir haben eh verloren. Minus 5, da, Film, Das Wunder von Bern, Deadpool, Der Mann, was ist Der Mann? Ich weiß nicht, ich dachte auf gut Glück, gibt's einen Film, der ist Der Mann, und das guck ich jetzt nach. Mach runter, ja, aber du musst es doch wissen. Nein, Bruder, ich guck jetzt nach, ob's den gibt. Oh, Davis. Dänemark, Dota, Dogs of War, Destiny. Stark. Willi, du bist, glaube ich, mit Beruf, Dachdecker. Dickbewerb. Ey, Jungs, valid Antwort. Was ist das? Denzer. Lass mal sein. Denzer, ja, scheiß drauf. Ja, der ist weg. Donald Trump, hatte ich auch im Kopf, ist aber falsch. Denzer ist aber auch crazy, dass da wieder nicht drüber geredet wird. Und der Wichser sich da drüben freut in Nürnberg. Ja, Denzer müssen wir auch raus machen. Mach Denzer raus. Die Jungs, Denzer raus, ne, aber wenn ihr auf irgendwann mal live aufstellt habt. Mach Denzer, mach Denzer raus. Ja, ja, ja. Ja, ja, Denzer ist schlecht. Donald Trump raus. Ja, okay. Bin ich einverstanden? Lill Dirk. Nein, der heißt, der heißt nicht Dirk. Doch, der heißt Lill Dirk. Nein, ja, der heißt Lill Dirk, nicht Dirk. Lill Dirk runter. Der schreibt einfach Dirkist. Ja, Bruder. Ey, mach mal bitte Donald Trump. Doch, der Film heißt auch nicht Dancing Queen, oder? Dancing Queen? Du meinst sicher Dirty Dancing. Ja. Ich meine aber Dancing Queen. Es gibt auch Dancing Queen. Ja? Ja. Du meinst Lill. Dirk raus. Aber wer ist Daniels? Kennst du nicht Daniels? Ja, Daniels habe ich jetzt einfach nur geschrieben. Es gibt einen Film, der kam heute raus, Dancing Queen. Ja. Und den meinst du, ja? Genau den meinst du? Nee, ey, sonst hätte ich doch einfach Dirty Dancing gelegt. Warte mal, wer ist Daniels, Bro? Jack Daniels. Fick dich, Digga. Raus mit dem. Jacky Daniels. Fick dich. Ich will Dirk sehen, Digga. Raus, mach raus, mach raus. Ja, aber mach doch mal bitte Dirk, bitte weg, Eli. Ja, Dirk raus. Woher ist Dirk raus? Dax, Dino, Delfin. Also Dino, weiß ich nicht. Ja, ist ein Tier. Ist ein Tier. Gibt's aber nicht mehr. Gibt's schon im Museum. Dino, Bruder, sind wir hier in der dritten Klasse? Ja, aber es ist... Aber es gab Dino, es ist ein Tier, es ist ein anerkannendes Tier. Keiner sagt, nein, Minus. Jetzt macht Dino weg. Ey, Mann. Ist egal, Edis, wir haben... Boah, Dodgeball. Stark. Dodgeball. Stark. Scheidungsgrund. Dolch. Spiel ist so schlimm. Ey, bitte voll. Ey, nein, das zieht nicht. Raus, raus. Wenn man... Raus. Warte mal, was ist Dino, du fängstig? Ja, kann ich einfach erklären. Aber Dino, du fängstig. Ey, holst du Kinder. Warte, bitte. Bruder, nennst du mich doch einmal Mr. Orny, Bruder. Also deine Scheidungsgründe, ne? Hört mir zu. Ja, ja. Ich kann auch... Ist so leicht erklärbar. Nein, nein. Dino süchtig kommt raus, Bruder. Also, okay. Dolch, biesüchtig, Dolch, biesüchtig kann auch raus von mir aus, ja? Aber Dino-Fetisch ist krass. Aber wenn Dino-Fetisch wegkommt, dann kommt ganz klar dumme Sachen gemacht. Ja, ist auch dumm. Ja, ja, safe, safe. Also, Drogenkonsum ist das Einzige. Dieser Dino in dich rein, Digga, wirklich. Hier, Dino-Fetisch einfach. Mach mal diese Dolch-Spieh-Süchtig auch. Dolch-Spieh-Süchtig ist gut? Mann, Dolch, hör jetzt auf, Mann. Ich wollte erst mal dick geworden schreiben, ne? Ich hatte es auch. Dazia, 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 okay. Fußballverein, Dac, FC Dac, komm. Ja, super. Oh, okay. Dortmund, Dortmund, Borussia Dortmund, ja, passt. Fußballer, Dick, es gibt Dick, den sehe ich immer, ich meine die Bronzekarte. Ne, ich meine den anderen. Ich meine, diese Bronzekarte sehe ich immer bei den ganzen Dings da. Okay. Dazia, Dazia, ja, gut. Dahoud, Dalukat, ich weiß nicht, ob da ein Haar irgendwo ist, aber es gibt Dalukat auf jeden Fall. Ja, ja, gibt's. Die Lexa, Dina, Denison, ja, passt. Willi-Tien-5 wegen Borussia Dortmund. Ja. Ja, stimmt, Willi-Tien-5, aber es ist eh sauer. Zeig mal hier, fertig. Mach fertig. Willi-Tien-5. Da sind wir, Bruder. Wir sind durch. Wir sind klar gewonnen. Deine hat ja Prozente. Boah, aber ich hatte, Bruder, ich hatte gute Punkte, Digga. 475. Ja. Robert, was hast du gemacht? Robert hat Prozente. Robert hat prozentig, ja. Ich bin auch offen und ehrlich, ich hab gekackt. Du hast Prozente. Er wird. Bruder. Ich schwör, Dildo-Fetisch, klar. Digga, auf was für Sachen der kommt, ne? Ja, nee. Ist ja mega verrückt. Bruder. Okay, was kommt jetzt? Es steht 2-1. Es steht 2-1. Bruder, Dildo-Fetisch ist komplett gestört in meinen Augen. Ja, ja, gestört. Es kommt jetzt als nächstes. Ah, Elie zieht. Ey, das ist 2 vs. 2, macht echt Bock, ja. Ja, ich schwör. Wir haben noch vier Games, die wir zu haben müssen, ne? Ja, das passt, das passt, das passt. Das geht sich eh. Diese letzten Spiele sind sowieso chillig. Okay, Codenames, Edis. Wir müssen gleich denken, ja. Was heißt das? Wir müssen, Elie, Elie, wenn du uns hörst, kannst du bitte Elis erklären oder soll ich machen? Oh, oh. Okay, ich sag's dir. Ich probier's zu erklären, ne? Mhm. Also, das ist jetzt so. Du musst dir vorstellen, ich hab 10 Wörter. Ich seh 10 Wörter. Und du siehst diese 10 Wörter aber nicht, okay? Okay. Und, ähm, bei mir steht zum Beispiel Fußball, ja? Okay. Die erklären das gerade. Ich sag euch auch, wenn du ehrlich, Schere für diese Runde. Ich bin so richtig arsch, was es so angeht, weil ich bin so ein Mensch. Chat, ich weiß nicht, ob das führt. Ich bin ein Mensch, ich bin immer am Träumen in meinem Kopf. Ich bin immer am Träumen. Und wenn's darum geht, so Sachen schnell mir einfallen zu lassen, die so komplett random sind, wie Fußballspieler oder so, da komm ich da nicht drauf. Digga, enge Vagina. Warte mal, ist er durchgekommen mit enge Vagina? Und dann schreib ich zum Beispiel Fußball. Läuft das über Chat oder muss ich selber reden? Du musst schreiben. Ich hab verrückt erklärt, aber... Es ist remote only sowieso. Es ist remote only. Nein, 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 ich hab's, ich hab's, ich versteh's. Wie kann diese Frage kommen, nachdem er, nachdem du das Game erklärt hast? Was hast du da gerade erklärt? Was? Wie? Hat er es verstanden? Ja, hat er gerade gesagt. Wir können eine Testrunde machen. Nur so die ersten zwei Wörter, dass er es hat. Genau, also quasi, du machst zum Beispiel, wenn jetzt Shisha rauchen ist, sagst du zum Beispiel, keine Ahnung. Dann schreib ich Tabak. Tabak, genau. Wir machen eine Proberunde, aber komm mal bitte rein. Achso. Wo? Wo sollen wir rein? Ich hab einen Link geschickt in Discord. Jo. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt da drin seid. Boah, das sieht aus wie ein Virus, Alter, was du da reingeschickt hast. Roat, geh mal auf mein Team. Aber Bruder, ich hab auf Englisch. I want to be on German. Roe Haze. Ich geh ganz kurz Pipi. Wir sind Team Rot, ne? Ja, geh mal da rein. Geh mal da rein. Ich bin drin. Warte, ich geh Pipi. Jo. Boah, was passiert hier? Guck mal, wir sehen jetzt die Wörter. Wir haben immer zwei Minuten Zeit. Und andere? Guck mal, wer... Roat und Willi. Guck mal, bei dir, Edis, ist doch gerade alles, ähm... Bei mir steht alles. Ja, aber keine Farben. Bei dir sind keine Farben. Bei den anderen sind Farben auch im Spiel. Mach mal den Stream von Willi zum Beispiel auf. Mach mal den Stream von Willi auf. Ah, okay, okay, das sind Farben, ja. Er muss... Du musst die roten Wörter erklärt bekommen. Von Willi. Was ist... Okay, bin zurück. Zum Beispiel... Dynamit zum Beispiel. Explosion, sagt er dann, oder? Oder schreibt er das? Okay, soll ich mal einfach was schreiben? Ja. Ich schreibe... Ganz schnell, warte. Okay. Ach ja, und er darf nur ein Wort... Er darf keinen Satz schreiben, sondern nur ein Wort. Er darf ein Wort nur schreiben. Okay, und wo schreibt er das? Ich sehe nichts. Das siehst du nicht, das siehst du nicht. Na, er sagt es im Chat, oder nicht? Hä? Und Willi hatte zwei Minuten Zeit. Guck jetzt rechts. Rechts ist dieser Chat-Spielprotokoll. Ja. Schreib mal was ein, Willi. Protein 1. Willi gibt einen Hinweis auf Protein 1. Es ist Protein, das Wort ist Protein und ein Wort. Genau. Das Wort ist Protein und ein Wort, hä? Was kann ich damit meinen? Was kannst du mit Protein meinen, Bruderherz? Was kann Willi mit Protein meinen? Ja, lese dir mal alle Wörter durch. Guck dir mal alle Wörter. Achso, Blatt, Figur, Dynamit, äh, cool. Äh, was könntest du mit Pyramid, äh, mit Dynamit, nein, mit Protein meinen? Turke, oh, Willi, wir sind gefickt. Nein, Bruder. Äh, Protein, äh, meinst du vielleicht den, äh, den Riegel? Ja. Jetzt drück mal drauf. Jetzt drück mal drauf. Ne, so, ist richtig. Und jetzt sind wir dran. Und welches Team zuerst die Sachen fertig hat, gewinnt. Lass noch bitte zwei Runden machen, Edi. Ja, ja, mach, mach, mach. Roort, roort, gib mir mal ein Wort, schnell irgendwas. Ja, aber er muss beenden erstmal. Ja, jetzt musst du beenden. Und du hast nicht so lange Zeit, zwei Minuten immer. Mhm. Bitcoin. Schreibt der das Wort selber, ja, ne? Ja, ja. Bitcoin-Kurs. Ja. Raten beenden. Man kann aber auch zwei, du kannst, du kannst auch zwei gleichzeitig. Ja, und das mach ich jetzt? Aber immer nur ein Wort, Edis. Du darfst nur, dein Mate darf nur ein Wort geben und du auch. Okay, wo gebe ich die Wörter ein? Ich mach das gerade, dass du 1-0 gemacht, oh Gott, in der 90. Minute gegen Arsenal. Pass mal auf. Und man darf nicht miteinander reden, stimmt. Ihr dürft nicht miteinander, kein Wort, nichts. Aber jetzt kann ich ja noch. Ja, ja. So dann zum Beispiel, ne? Ja, und jetzt noch eins. Weil ich ja zwei angegeben habe, weißt du? Also heißt es, es sind zwei Wörter, die auf das zutreffen. Auf das, auf, ah, Krieg, okay. Es gibt aber auch, es gibt auch Nieten, da ist nichts richtig. Du kannst, wenn du falsch liegst, auch unsere blauen aufdecken. Und es gibt eine schwarze Karte. Wenn du die triffst, haben wir direkt gewonnen. Äh, okay. Was könntest du? Nochmal ein Schuster vielleicht. Walla, walla, walla. Geekschuster. Lies dir immer erst alle Wörter bitte in Ruhe durch. Ja, ich weiß aber nicht mal, was ein Schuster ist. Ich dachte, das wäre sowas wie ein Bunker oder so. Ja, aber deswegen, lies alle Wörter durch. Wenn du nur in die erste Reihe schauen würdest, würdest du es rausbekommen. Ah, Dynamit. Ja. Nicht schlussvoll, eilig. Ja, ja, ja. Aber das ist ja jetzt eh gerade Probe. Ja, ja, genau. Ja, okay, ich habe es gecheckt, Jungs. Warte, wir machen noch einen. Wir machen Best of Three, damit jeder auch einmal dran ist. Die Runden gehen nicht schnell. Weil man hat nur zwei Minuten Zeit, ne? Man hat nur zwei Minuten Zeit. Traumtor auch. Okay, krass. Ich sage mir, Lina, sie soll mal was zu essen holen, wenn die Frau schon einfach durch die Gegend fährt. Und jetzt darfst du, musst du, ich muss das mal erklären, Eli. Ich habe dir jetzt für Kreisverkehr zwei angegeben. Aber du hast hier noch im Hinterkopf, du hattest ja Krieg und da hast du ja das eine Wort vergessen. Das heißt, du kannst jetzt prinzipiell dreimal tippen. Verstehst du? Bin ich mute? Hallo? Oh, sorry. Ich war mute, ich war mute. Ja, ja, ich verstehe, ich habe alles verstanden. Also, was meine ich mit Kreisverkehr? Mit Kreisverkehr kannst du zum Beispiel meinen, warte, Dynamit, Kiefer, Quadrat, Drossel, Pyramide, Hase, Tour. In einer Tour kann Kreisverkehr sein. Ein Ring kann ein Kreisverkehr sein. Du musst, Edis, erst alles lesen und dann beantworten. Und dann tippen, okay, was wäre es gewesen, Straße, Boden, oder? Nee, Wände, Kreisverkehr wendest du beispielsweise und jetzt darfst du nicht vergessen, Dynamit wusstest du ja, das heißt, Dynamit musst du auch noch antippen. Achso, okay, Perfekt. Okay, 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 okay. Das wird klein. Das wird klein bei uns. Rapper. Muss ich verarschen? Straße, der kommt von der Straße, aber wenn du mir damit... Nee, Straße ist ja da, Boden, Watt, Hase, Blatt. Boah. Rapper ist zum Beispiel scheiße. Rapper ist zum Beispiel richtig... Meintest du Figur damit? Roat? Hä? Ja. Nee, ich meinte nicht. Okay, aber hast du es verstanden? Dann lass es ein bisschen schneller machen. Nee, ich glaube, er hat es noch nicht so, weil... Also, ich habe nur Dinge nicht, wenn ich Spionagemeister bin, wo tippe ich das ein? Warte mal, Edis, du hast immer noch nicht auf dem Schirm, dass du zum Beispiel immer noch Dynamit andrücken müsstest, weil du das ja immer noch von Krieg weißt. Stimmt, stimmt, Dynamit. Straße weißt du auch, Wände auch. Und jetzt hast du Öst... Äh, Wände, genau. Ah, Stark, Eli, stimmt. Äh, Wände... Und was war es noch? Du kannst nicht mehr. Man kann immer nur einen mehr eingeben, als Willi eintippt, sozusagen. Achso. Mach, Wort. Oh, bei Roat kracht es auch komplett, glaube ich, so ein bisschen im Kopf. Roach? NBA. NBA. Oh, ist so einfach. Ja, Corp. Corp. Und... Oh, gut, Straße, Alben, Brunnen, passt. Aber es ist gerade nur Probe. Es ist gerade nur Probe-Chat, damit Edis das versteht. Und wenn wir vorher fertig sind, als ihr Edis, habt ihr verloren. Ah, verstehe. Okay, okay. Wer ist jetzt dran? Warten Sie, bis Ihr Spionage-Meister kommt. Willi. Ich schaue mal ganz kurz bei Willi rein, wie es aussieht. Backstage. Achso, Watt. Ich mache Ding. Mach auf... Drück auf Watt, dass du einmal die andere Seite siehst. Wie auf Watt? Drück einfach auf. Da steht Watt. Auf Watt, auf Watt. Ja, und jetzt tauschen wir einmal Positionen. Also, wenn du Watt zum Beispiel angeklickt hättest, irgendwie aus gesehen, dann wäre es sofort... Hätte automatisch verloren, weil das das schwarze Wort ist. Es gibt immer ein schwarzes Wort, das siehst du jetzt aber gleich. Ah, okay. Wir wechseln jetzt Platz. Träter als... Nee, du bist jetzt... Du bist jetzt wieder Spionage-Meister. Ja, okay. Wir müssen nochmal... Ich muss nochmal... Wir müssen nochmal wechseln, Edi. Nee. Kannst du das hier beenden? Ja. Ich gehe... Ich mache... Ich mache Essen rein. Essen ist das Wort. Geh auf Essen. Du musst auch... Essen, 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 Essen. Träg mal Essen. H1. Nein, nein, nein. Essen. Oh, Bruder. Essen, bitte. Klick einfach Essen an. Klick einfach Essen an. Drück einfach... Bruder, bitte. Bitte. Drück einfach auf Essen. Ja, ich suche Essen anher. Oben links. Ja. Okay. Und jetzt wechseln wir. Jetzt gehst du runter. Was? Wir wichsen jetzt? Gehen wir noch. Spy-Master. Okay, jetzt bin ich Spionier-Meister. So, und du musst jetzt, Willi, deine roten Sachen erklären, ohne das Wort zu schreiben oder es auf Englisch zu schreiben. Okay, die roten Sachen. Zum Beispiel, ähm... Etikett steht ja da. Und dann gebe ich zum Beispiel T-Shirt so. Beispiel ein, oder? T-Shirt 1. Aber wenn's mehrere gäbe, dann würde ich zwei machen, was noch zu T-Shirt passt, ne? Ja. Okay, jetzt gebe ich zum Beispiel T-Shirt-Hinweis. Ja, das passt, das passt, das passt, das passt. Das war Papier. Hartz, Bleib, Fest, Rentier, Finger weg, Student, Umzug. Bruder, was meinst du mit T-Shirt? Hä? Wegen Etikett, weil T-Shirts doch Etikett haben. Wo steht denn Etikett, Bruder, Herrs? Da steht doch oben links Etikett, Rot. Da steht Küche? Da steht Küche. Hä, warum steht bei mir Etikett? Hä? Meinst du's, hä? For real, bei mir steht Etikett. Bei mir steht wirklich Etikett. Hä? Neu. Bei mir steht... Bei uns steht Tag, bei Ihnen steht Etikett. Ja, bei uns steht Tag. Hast du das Spiel auf Englisch? Du hast auf Englisch. Du hast auf Englisch. Nein, ich hab... Achso. Schrei in Fede, ja. Da, wo dein Name oben rechts ist. Wir können auch ein anderes Spiel machen. Ich glaub, bei Etikett kracht's zu sehr. Oder... Nein, nein, alles gut. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's schon, ja, ja. Ist eigentlich nicht schwer, Bruder. Eigentlich ist es... Es ist okay, ist okay. Ich krieg das hin, Bro. So, wie würdest du mir Pistole erklären? Waffe. Du kannst Waffe nicht... Ja, theoretisch, ich kann Waffe schreiben. Ich kann Gewehr schreiben, oder? Geht auch. Kannst du auch. Krieg. In Patrone, Patrone zum Beispiel. Bei Afrika kannst du Kontinent machen. Kontinent. Bei... Kontinent. Oder durch ein... Bei Auge kann ich Brille. Bei Auge kann ich Brille zum Beispiel. Oder? Und wenn du gut bist, ja. Und wenn du gut bist, versuchst du, Sachen zu kombinieren. Ja. Verstehst du? Okay, okay. Soll ich auf Englisch... Auf Deutsch, ne? Ich hab's auf Deutsch gemacht. Aber bei mir... Mach auf Deutsch. Okay. Gehen wir nach unten? Okay, ich fang an, Edith, ja? Muss ich nach unten? Okay. Also geht's jetzt los, Jungs? Ja, es geht los. Es geht los. Okay, best of dream. Ihr achtet auf die Zeit auch immer. Okay, okay, let's go. Emote, Uni rein. Ward, erklär mir das Wort. Emote, Uni. Um, es geht los. Ah. 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 Vielen Dank. Geht's los oder was passiert hier gerade? Ich denke die ganze Zeit nur, das passt. Okay. Wort, macht ihr jetzt schon bitte Gedanken, ja? Ja, ja. Du musst da raufdrücken, auf die rechte Seite. Edis. Ja? Wo? Auf die... Oh mein Gott. Du hast direkt gekackt? Edis. Aber warum Spiegel? Da ist doch, Edis, da ist doch Fisch. Im See gibt's. Hä, wie kommst du auf Spiegel, Bruderherz? Oder weil er Sehen, weil er Sehen, Sehen. Nee, nee, ein See, ein See. Ja, aber bei mir hast du Siehe 2 geschrieben. Da steht See 2. Bei mir steht Siehe, Siehe 2. Also Sehen habe ich halt gedacht. Hä? Hä, was steht bei dir, warte mal. Bei mir steht Siehe 2, schau mal. Bruder, hast du auf Deutsch? Ja, ich habe auf Deutsch, Bro. Oder was ist Deutsch? Was spricht denn für eine Version? Siehe 2. Siehe 2 steht bei mir. Ich wusste gerade... Steht wirklich bei ihm. Ja, ich glaube Ihnen auch, aber ich habe Seh geschrieben. Hä? Digga, was steht da? Edis hat Browser-Übersetzer an. Echt jetzt? Ich glaube, ich bin mit Internet Explorer verbunden. Hä, ich war gerade geschockt, ne, Edi? Ich wollte gerade sagen, das geht nicht. Aber er hat keine Richtigkeit dafür. Ja, aber das war... Was hast du denn für Wörter? Also... Warte mal, warte mal, warte. Ich lasse mal auf Englisch. Ah, jetzt habe ich es. Okay, ich habe Browser-Übersetzer ausgemacht. Jetzt sehe ich C2. Okay, dann lass es nochmal. Jetzt sehe ich es. Okay, Edis, ich war gerade echt... Ich war... Ich habe mir gedacht, Bruder, ist... Dann lass es nochmal. Ja, ich habe mir gedacht, jetzt geht es Feierabend. Aber Bro, das ist auch direkt am Anfang des... Das Schwarze gleich kommt, ne? Ja, ich denke mir, Hilfe, wie denn? Ich wollte nichts sagen, ich war erst voll gut. Okay, jetzt bin ich am Anfang hier. Okay, also nochmal neu, oder was? Hä? Was ist hier los? Ja. Oder? Okay. Geh nach unten? Fängst an halt. Achso, ich fang an. Achso, ich finde viel pass. Ähm, okay. Was? Hm. 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 Boah. Ich überlege, ob ich so am besten machen soll. VitaVet Flasche. Was sind das für Wörter, Alter? Hm. Ich muss dich ganz kurz was fragen, bei dich kann ich fragen. Ja? Ja? Hallo? Du wirst einen schönen Insta-Post machen, ja. Ach so, ich dachte irgendwas passiert, dann mach ich Insta-Post. E2-1. Das ist verrückt. Oh, Willi, du hast mich gefickt. Nein. Bruder, das ist verrückt. Das ist komplett verrückt. Also, Bruder, das ist, entweder muss ich, kann ich, darf ich reden? Ja, aber er kann nicht mit dir reden. Aber er kann nicht mit mir reden. Also, entweder gehe ich jetzt echt auf...